Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, mittlerweile haben wir schon Woche Nummer 2 des neuen Jahres und wie versprochen werden die Walsroder Zeitung und der TVN Walsrode euch auch weiterhin gemeinsam mit den Sportlerinnen und Sportlern der Region sportlich durch diesen besonderen Winter begleiten. Und zur heutigen Ausgabe haben uns die Walsroder Faustballer eine Übung mitgebracht, für die ihr einen beliebigen Ball möglichst nicht allzu klein benötigt und gute Koordination. Viel Spaß dabei! Eine Aufwärmenübung aus dem Faustballprogramm zum Aufwärmen des Bewegungsapparates und zur Schulung der Auge-Hand-Koordination. Der Ball wird viermal hochgehalten, dafür werden beide Arme benutzt. Danach wird der Ball noch dreimal hochgehalten und vorne hinten geklatscht. Wenn dies auch erfolgreich bewältigt wurde, wird der Ball zweimal hochgehalten und beide Handflächen dabei auf den Fußboden gesetzt und als letztes wird der Ball hochgehalten und sich um die eigene Achse gedreht. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr es gerne machen und uns hier rauskommen.